Bei MiniMeets geht es darum, drei Katzenchips zu sammeln, indem man die richtige Anzahl an Katzen purzeln lässt. Und das geht so. Zuerst alle Katzenchips in die Tischmitte legen. Dann wird im Uhrzeigersinn reihum gewürfelt. Wenn eine Zahl zwischen 1 und 4 gewürfelt wird, nimmt man sich beliebig viele Katzenchips und lässt sie aus der Hand auf den Tisch purzeln. Wenn genauso viele Katzen nach oben schauen, wie die Würfelaugen zeigen, darf man sich einen Katzenchip zu sich nehmen. Wenn der Würfel das Katzensymbol zeigt, sagt man selbst eine Zahl zwischen 1 und 4 und versucht genau diese Anzahl Katzenköpfe nach dem Purzeln oben liegen zu haben. Schafft man das, darf man sich auch einen Chip nehmen. Wenn der Hund gewürfelt wird, dann soll sich die Katze vor dem Hund verstecken. Das heißt, man lässt genau einen Katzenchip purzeln. Und wenn die rosafarbene Seite ohne Katzenkopf nach oben schaut, darf man den Chip behalten. Nach dem Purzeln kommen alle übrigen Katzenchips zurück in die Mitte und der nächste Spieler ist an der Reihe. Wer drei Katzenchips gesammelt hat, gewinnt das Spiel.